Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Wir befinden uns auf einem Affenplaneten-Schiff und Hales komisches Ding. Guck mal, ich hab Bananenfarben-Schiff. Gelb-Grün. Oh, ich hab was bei mir zu Hause vergessen. Oh, du hast eine Tomate mittlerweile, eine Erdbeere. Ja. So, wir gehen mal runter auf das Planeten-Ding von Hale und das ist ja typisch, was der Hale rausgesucht hat, das... Augen. Wir haben ein Augen. Also, ich stell mich immer schon auf alles Mögliche ein, was man finden könnte, aber ich bin dann doch mal wieder überrascht. Ach, auf die Augen hier im Untergrund darf man nichts draufstellen. Ich find, das sieht schon ziemlich abgefahren aus, so. Also, definitiv mal was anderes. Hast du das schon gesehen hier? Naja, das sind Augen, sag ich doch. Ja, ich brauch ein bisschen Holz. Ich muss mir da ein bisschen Holz einsammeln. Das sieht ja geil aus, wie die umfallen, so. Bang, bang. Gut, wollen wir einfach mal ein bisschen nach links laufen und mal gucken, was es hier so gibt? Monster ignorieren wir einfach. Ja. Oh, was sind denn das hier für komische Dinge? Ja, ich glaube, hier gibt's keine. Ist ja geil. Du hast eben die ganzen Bäume gefällt, nur weil du den Untergrund unter den Bäumen weggemacht hast. Das kennst du noch nicht, oder was? Nein. Da kann man ja hier ganz schnell ein bisschen Holz noch mitnehmen. Ja. Ja, so konntest du früher auch ganz schnell Materialien sammeln. Oh, jetzt kommt was Neues. Ui. Das sieht hier abgefahren aus. Knochen, ach, du bist ja so ein Knochenwerker. Ich tue das immer, ähm... Ja, während Sandrick mit den Monstern spielt, tue ich hier schon mal ein bisschen, äh... Was ist das denn? Leckt das gerade oder mache ich das nur kaputt und baue es tatsächlich nicht ab? Ja, das ist so, ähm... Learn to craft alien fruit jam. Learn to craft stuffed irgendwas. Kann ich nicht aussprechen. Ist irgendein komisches Wort. Also, es lohnt sich auch hier, den, äh, Untergrund ein bisschen abzubauen. Wie eigentlich jeder Planet, das haben wir ja schon mal erwähnt. Wir haben eine Planeten, wo ihr sagt, oh, das können wir noch nicht. Einfach mal mitnehmen. Einfach mal abbauen und, ähm, ihr bekommt lustige, tolle Sachen. Oh, und hier gibt's böse, böse Monstern. Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer nachts auf Planeten sind? Ja, es ist, es ist schlimm. Und immer wieder sind wir nachts hier. Das nervt mich auch. Es wäre mal so schön einfach mal tagsüber, aber nein. Die Zuschauer sollen nicht zu viel von dem Spiel sehen. So kommt mir das vor. Die wissen, die nehmen auf. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Was ist denn das hier unten? Das muss ich mir jetzt anschauen. Das Wasser ist hier ganz komisch. Ich nehm keine Sachen mehr auf. Alien Juice. Du, das ist kein Wasser, das ist Alien Juice. Nimm davon was mit. Ich nehm gerade keine Sachen mehr auf. Dann würde ich sagen, hast du ein Problem. Äh, ich teste das jetzt mal hier bei dem Baum. Ist vielleicht der Server abgestürzt? Also bei mir, ich nehm hier noch Alien Juice auf. Ja, stimmt. Diese komischen Pflanzen, die hier überall rumstehen. Ja, die, das sag ich ja, die, die, die gehen einfach nur weg. Die kannst du nicht mitnehmen. Ähm, also wie gesagt, das ist Alien Juice und kein Wasser. Ich hab davon mal was mitgenommen. Wer weiß, wann wir es brauchen werden. Aber so manchmal nimmst du auch hier Sachen, baust du ab. Oh, jetzt sind wir wieder hier in diesem Augenbiom. Uah, wir nehmen uns mal ein paar Augen mit. Ja. Ich finde das nämlich ganz lustig. Da kann man mal sagen, so hey, ich werfe ein Auge nach dir. Ich weiß, alter Witz. So, ich hab noch keinen Alien Juice gefunden. Ja, das war ja auch in diesem Alien-Biom. Wir sind jetzt wieder im Augenbiom. Schrauben wir uns doch mal ein Stück nach unten und gucken mal, was der Planet so weiter unten bietet. Richtig, ich wollte die Oberfläche erstmal weiter abchecken. Von der Oberfläche war ich ehrlich gesagt enttäuscht. Ja, okay. Aber so mitten irgendwo sich runterbuddeln, das hat auch einen Nachteil. Ich buddel mich immer gerne. Ja, da hast du natürlich recht. Hier, Alien Juice. Hier ist Alien Juice. Ganz viel Alien Juice. Ich setze dir da mal eine Fackel hin, damit auch du das siehst. Da ist Alien Juice. Und es sind zwei Kisten da. Die nehmen wir auch mal mit hier. Was haben wir da drin? Coruscant Gun, Alien Skull, Alien Chest, Blueprint und Alien Chests. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Und hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch mit. Und hier ist wieder so ein böses Monster, das echt ziemlich krass unterwegs ist. Aber mit meiner Mega-Axt einmal draufgehauen und es ist, äh... Ja, er hat nicht mehr so ein freches, vorlautes Mundwerk. Zack, noch mehr Alien Juice. Soll ich das markieren? Ich markiere nochmal hier auch diesen Alien Juice. Denn der Mensch, ähm, der hat bei manchen Dingen so seine Probleme. Da muss man ihm mal ein bisschen unter die Arme greifen. So, ich freunde mich hier mit der einheimischen Bevölkerung ein bisschen an. Heimelig. Also bis jetzt habe ich noch nichts Spannendes gefunden. Was halt auch ganz cool wäre, ähm, wenn diese, wenn diese Programmierer mal was mit einbauen, dass man zum Beispiel da, wo wir jetzt die Fahnen setzen, wenn man als Startpunkt hat, wo man auf den Planen drunter kommt, wenn das gekennzeichnet wäre und man irgendwie auch das sehen würde, so radartechnisch, bin ich jetzt links oder rechts vom Startpunkt. Das heißt, so wie das mit uns ist, wie wir das sehen, wäre das ganz cool, wenn das für den Startpunkt auch gelten würde. Oder meinst du, das wäre dann zu viel, ähm, zu unrealistisch? So. Nee. Vielleicht gibt es einen Add-On. Ich meine, wir haben ja immer noch keine Add-Ons drauf gemacht. Stimmt, du sagtest ja, das Spiel ist ja eigentlich so ein Add-On-Spiel. Ja, und es gibt halt schon Tausende. Es gibt zum Beispiel auch einen Add-On, den finde ich eigentlich ganz praktisch. Der würde machen, dass die Lampen auf unserem Rücken heller werden. Ja. Ich muss natürlich auch ehrlich zugeben, dass es mir passieren kann, dass ich an unseren Fackeln vorbei, an unseren Flacken vorbeihüpfe. Echtes? Ja. Hast du jetzt eigentlich Alien-Juice eingesammelt? Ja. Ja. So, ich weiß gar nicht, war das ein großer Planet oder was? Ich achte da nie drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, ist das ein radioaktiver Planet. Also wir werden Uran finden im Boden und von dem anderen Zeug auch vieles. Aber es ist ein sehr langweiliger Planet. Also das muss ich auch mal sagen. So, das ist ja wieder an diesem komischen, äh, anderen Biom. Hier ist wieder ein Juice. Aber man muss ja auch sagen, wir tun ja was für die Völkerverständigung, ne? Oh, es wird Tag, es wird Tag. Genießt diese Pracht des Planeten am Tage. Hm, baden im Alien-Juice. Oh, man hat sogar Vogelskitschern. Das ist ja was ganz was Neues. Eine Biene. Hey. Eine Biene? Habe ich eben auch eine Biene gehört? Ich bin mir nicht sicher. So, ich bin wieder hier bei den Augen. Und das Monster mit diesem schönen Geweih hier oben, das ist böse. Raw Steak. Alles klar. Alien Steak. So, gibt's hier unten auch irgendwas zu sehen? Nein, dann buddeln wir uns jetzt einfach hier hoch. Wobei, wir können diese grüne Erde mitnehmen. Ich mag ja immer diese Erde, die eine andere Farbe hat als Standard. Denn ich habe ja immer in einem von meinen Inventarblöcken Erde dabei, um hier Brücken zu bauen. Und dafür eignen sich diese Spezialfarben immer ganz gut. Deswegen nehmen wir uns einfach mal ein bisschen was mit. Das geht ja hier doch relativ ruckzuck. Jetzt stoßen wir hier auf Cobblestone. Dann gehen wir hier hoch. Cobblestone ist nämlich blöd. Ich mag kein Cobblestone. Und Kohle habe ich auch viel zu viel. Deswegen nehmen wir auch keine Kohle mehr mit. So, wir eilen uns nochmal, weil ich bin schon wieder fast tot. Ja, so kennen wir dich. Immer am Tropf hängen. Oh, guck mal hier. Zwischenboss. Aber auch der hat meiner Axt nichts entgegenzusetzen. Nur, oh, oh, oh. Oasem Ear Dicer. Ah ja. Was auch immer ein Oasem Ear Dicer ist. Oasem kenne ich nicht. Ja, meint es wahrscheinlich awesome, oder? So, ich muss nochmal ganz schnell hier Telefon-Action machen. Das Problem ist, dass wir beide Jobs haben, die erfordern, dass wir leider auch in unserer Privatsphäre angerufen werden. Und das halt ein bisschen nervig ist. Und, ähm, ja. Deswegen muss der Harle heute mal. Öfters weg. So. Ich. Ah, nee. Jetzt ist der mir hinterher gestiegen. So. Ich weiß nicht, was man mit diesem Alien-Juice machen kann. Vielleicht kann man den trinken, ha? Wollen wir das mal probieren? Wir nehmen mal den Alien-Juice in die Hand. So, und wir legen den mal hier rein. So, mal gucken, ob das geht. Das geht nicht. Wir können den nicht trinken. Dachte, das würde jetzt gehen. So, was haben wir denn hier? So. Und, äh, das muss ein ziemlich großer Planet sein, denn wir haben immer noch nicht, also. Nein, ich bin gestorben, als ich weg war. Vielleicht sind wir echt. Ja, ich bin wieder auf meinem Schiff. Du musst dich übrigens auch mal heilen. So, mal so um die Beine. Aber pass mal auf, wir können jetzt mal gucken, wo du bist. Ich gehe jetzt zu unserem Startpunkt runter und dann sehe ich, ob du links oder rechts bist. Ähm, du bist rechts von mir, also du hast die Hälfte schon überschritten. Ich würde sagen, kämpf dich gar nicht erst nochmal durch, sondern. Guck mal, hier bist du schon wieder. Du hast es geschafft. Gut. So, wollen wir nochmal kurz nach unten gucken, oder? Nee, jetzt gehen wir nach unten. Such mal lieber nochmal einen anderen Planeten. Bin ich jetzt auf meinem Raumschiff? Bestimmt, hier liegen keine Bananen auf dem Boden. Das müsste meiner sein. So, was haben wir denn hier noch anzubieten? Das ist ein Risky Planet. Planet is covered in alien plant forms. Keine atembahre Atmosphäre, hohe Radioaktivität. Das klingt doch heimelig. Den schauen wir uns an. Gut. Währenddessen fliege ich jetzt auch mal weiter. Ich kann in diesem Sonnensystem bleiben. Ich könnte zum Beispiel hier, nee, das ist ein Mond. Da gibt es nur Treibstoff. Oh, Treibstoff ist ein gutes Thema. Lass mal gucken. Brauchst du? Ein bisschen was könnte ich brauchen. Ja, dann fliege ich einfach mal da rüber. Das ist direkt der Mond von diesem Planeten. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe noch 944 von 1000, aber in meinem Computer ist glaube ich nicht mehr so viel drin. Also viel nachfüllen kann ich nicht. Naja gut, also ich habe 1000, 2000. Doch, ach Quatsch, ich habe hier noch, ich habe noch, ich habe noch hier diesen Stack komplett voll, um nachzutanken. Ja, ich habe noch 2600. Also ich habe noch tonnenweise Treibstoff. Kommst du zu mir, weil ich bin schon da? Ja, mache ich. Du musst dich heilen. Der Planet sieht von oben sehr braun aus. Kack, braun. Aber wenn du runterkommst, sieht er aus wie der Planet, wie wir gerade waren. Ja, außer dass er grüner ist, als wir eben hatten. Aber von der Art und Weise, aber die Monster sind auch anders da. Oh, was ist denn das für ein geiles Vieh? Guck mal, den kennen wir in klein, den gibt es hier in groß. Ich versuche gerade noch eine zweite Flagge zu setzen. Die will sich hier nicht hinsetzen. Moment. Auf Augen kannst du sie nicht setzen. So, wen kennen wir? Ja, den habe ich schon tot gemacht. Das ist dieses komische Murmeltier mit diesem Dreier-Irokesen-Ding. Den gab es hier gerade eben in groß. Der sieht so aus, so ein bisschen putzig. Außer in groß sah er nicht mehr so putzig aus. Aber diese Axt ist echt gut. Lass mich mal schnell auf die Werte gucken. Die Axt hat 734 und 667. Und damit, also die Monster, die es hier so gibt, ein Schlag und platt. Was suchen wir eigentlich nochmal so nebenbei? Wir suchen eins von den Piraten und Schiffen, das über den Planeten klebt. Ja. Ich glaube, es ist an den Monstern vorbei, dabei könnte ich auch mal draufschlagen. Und wir suchen Laser. Und was ist denn hier im Boden eingegraben? Das sieht doch interessant aus. Hast du drauf geachtet, wie groß der Planet ist? Nein. Auch nicht, weil ich habe mir eigentlich... Achso doch, warte mal. Ich kann es rekonstruieren. Ich habe mir abgewöhnt... Der Planet ist ziemlich klein. Okay. Ich habe mir abgewöhnt zu gucken, weil ich diese Verhältnisse auch nicht weiß. Dann kann ich jetzt mal sagen, oh, der ist 5000 groß und der ist 7000 groß. Und dann kann man sagen, okay, der ist kleiner, der ist größer. Aber ob der dann wirklich klein oder groß ist, das kann ich dadurch nicht bestimmen. Was habe ich denn hier mitgenommen? Dirt Chin und Pixel. Naja, schön. Kann man hier eigentlich irgendwas abbauen, was sinnvoll ist? Ich laufe jetzt mal ein bisschen über den Boden und sammle einfach ein bisschen was auf. Ja, aber hier gibt es tatsächlich keine... Die Sachen, die wir brauchen, gibt es hier nicht. Alienjuice gibt es wieder. Es regnet kleine, bunte Meteoriten. Ach, wie süß hier. Ja, hier ist das süß. Es gibt aber auch Planeten, da regnen das andere Dinge. So, hier ist eine riesen Höhle, Kaverne. Ich fliege die ganze Zeit ein bisschen niedriger, damit wir auf jeden Fall sehen, wenn irgendwie was Spezielles in unser Blickfeld kommt. Aber der Höhle ist sowieso vor uns. Ja, ja, ich bin weit voraus, glaube ich. Auch zwischendurch könnte ich aber mal auf Monster draufhauen. Ja, es ist irgendwie langweilig, dieser Planet ist sehr öde, sehr öde. Aber es ist halt so die Frage, sind radioaktive Planeten für das, was wir suchen, eigentlich geeignet oder spielt das keine Rolle? Also wir hatten auf einem radioaktiven Planeten einen... Ich glaube, das ist deine Flacke hier, ne? Ja, ich bin wieder in deiner Flacke angekommen. Super Sache. So, dann beam ich mich doch einfach mal wieder hoch. Und ich bin ja hier auf diesem Mond, aber wir haben gemerkt, wir haben noch genug Treibstoff. Das heißt, ich schaue mich einfach mal hier, was gibt es hier denn schönes Tropical Risky. Warte mal, ich wollte da noch ein bisschen... Poisonous Ocean. Moderate Snow. Poisonous Ocean. Tropical. Ich fliege da mal hin. Ja, was wolltest du? Ja, das war klar. Ach, du wolltest Treibstoff sammeln? Egal. Ja, da können wir nochmal hinfliegen. Es gibt ja in jedem Sonnensystem einen Mond. Was haben wir denn hier? Der sieht nicht so toll aus. Wir fliegen mal zu dem. So, ich bin hier auf diesem Tropical Planet angekommen. Dann komme ich mal rüber zu dir. Und gehe mal runter. Und jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir was Interessantes finden, weil es ist ja voll langweilig. Und wie kann es alles da sein? Es ist Nacht. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, vielleicht gibt es da tatsächlich irgendwie einen Trick für... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dich immer hier durch die Nacht... Wollen wir hier in eine Richtung laufen? Ja, dass wir uns jedes Mal durch die Nacht schlagen sollen. Also, das ist ja ein bisschen... Das ist ja total bescheuert. Kisten stehen hier rum. Aber ich weiß nicht. Giant Flowers. Ja, also es ist auf jeden Fall mal ein anderes Biom hier. Ich weiß nicht, wie wir mein Bett mitnehmen, ob wir dann vielleicht es wieder zum Tag werden lassen können. Ne, du heilst ja nur. Aber es wird ja dadurch nicht Tag. Es ist ja nicht wie bei Minecraft. Dio Samples gibt es hier ja. Ja? Ja. Crowned abforschen. Oh, ich habe wieder so ein Avian-Ding gefunden. So wie eben? Ja. Ganz genau so wie eben. Exakt so wie eben. Ich würde sagen, schön interessiert uns nicht, oder? Ich glaube, wir lassen das mal aus. Das ist ein bisschen... Aber das ist natürlich negativ... Eine negative Sache, weil wir dadurch natürlich hier wahrscheinlich nicht mehr so viel finden. Ja, aber die Theorie haben wir doch schon mal beiseite gelegt mit dem letzten Mal. Ja. Du weißt doch, Ausnahmen bestätigen die Wege. Ja. Tatsächlich ist es so, wenn ich irgendwo einen einzigen Tempel gefunden habe, irgend so ein Luschi-Planeten, äh, Luschi-Tempel, dann habe ich danach eigentlich nie wieder was Gutes gefunden. Das ist halt echt krass, ne? Wir haben so lange nach diesem blöden Avian-Tempel gesucht und jetzt kriegen wir sie nur so dahin gelegt. Und, äh... Ne, das stimmt ja nicht. Diese Gefängnis-Dinger, die wir hatten, da sind ja nicht diese... Ach stimmt, da sind die Moon Emblems gar nicht drin. Das sind ja wieder andere. Das sind dann nur die mit dem, äh, mit dem Rabenkopf am Anfang. Oh, ich muss mich heilen. Da könnte es auch ruhig mal so ein akustisches Signal geben, wenn man fast gestorben ist. Heile dich doch auch gleich mal ein bisschen. Aber ich finde so die, die, also das ist wirklich ein tropischer Planet, muss man schon sagen. Der ist sehr tropisch. Was wollten wir auf einem tropischen Planeten? Wir wollten noch irgendwas suchen auf einem tropischen Planeten. Echt? Ja. Sonst gucken wir mal kurz mit J in einen Questlog rein. Schöne Musik läuft hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das meine Leute in YouTube hören, weil ich habe die Musik sehr leise gedreht. Ja, aber es fällt mir gerade auf. Sehr entspannt, sehr melodiös. Hier ist ein Zwischenboss, also ein Mini-Monster. Mini-Boss. Hauen, Blatt! Hier gibt es ganz viel Kohle. Wie lasse ich endlich? Ich habe es gelernt, Kohle liegen zu lassen. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich bin doch kein hoffentlich großer Fall. Aus mir kann noch was werden. So, ich tue jetzt aber diese, dass nicht jedes Monster mehr mitnehmen. Aber ganz viel Bio-Samples, das freut mich hier, das freut mich. Holz, aber ich kann ein bisschen Holz mitnehmen. Das mache ich noch. Mal kurz ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, ich staubsaugt hier mal so ein bisschen über den Boden. Da kann man mal so ein bisschen was mitnehmen. Ja, das mache ich die ganze Zeit schon. So, jetzt habe ich auch ein bisschen Holz wieder eingesammelt. Man staubsaugt da halt auch viel Mist mit, aber die Bio-Samples sind das Wichtige. Ja, das ist halt echt, irgendwie haben wir Pech bei der Auswahl unserer Planeten, oder? Ja, momentan. Aber unser aktuelles Ding, was wir eigentlich untersuchen sollten, wäre ja dann eisig, oder? Nee, war das nicht hitzig? Ach nee, hitzig, genau. Wir sollten auch mal, wir sollten als nächstes mal einen hitzischen Planeten aussuchen. Ein hitzische Planeten? Ein hessische Planeten? Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob es da Appler gibt. Äppelwoi, äppelwoi. Hessisches Nationalgut. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen. Jetzt rennt das Monster einfach weg. Ich wollte gerade drauf schießen und da rennt es einfach weg. Na komm hierher. Komm zu Papa. So, was haben wir hier? Giant Flowers gibt es hier wieder, aber hier haben wir noch so viel. Es ist ja auch bald wieder Ostern, das sind ja auch hessische Feiertage. Ostern ist tatsächlich ein Weltfeiertag, glaube ich. Nee, das ist ein hessischer Feiertag. Ein hessischer? Wieso ein hessischer? Weil es so um Hasen geht. Ach, ein hessischer. Ach so, so ein Bunny-Tag. Ja, habe ich schon mit einem Kumpel gesagt, wir wollen ja mal wieder feiern gehen. Da haben wir schon gesagt, habe ich ihm geschrieben so, ja, ist ja, ist ja quasi Ostern ist ja Bunny-Zeit. Da muss man auch mal nach Bunnies gucken. Ich wünsche mir auf Oster einen Planeten mit einem Piraten-Schiff. Ach ja. Nee, das ist scheiße, weil das ist noch so lange hin. Wollte ich gerade sagen, also so lange wollen wir diese Quest jetzt nicht offen haben. Ja, dieser Kumpel ist auch gleichzeitig einer meiner besten Zuschauer, meiner treuesten Kunden sozusagen. Ach, der Berliner. Ja, ja, der Berliner. Schöne Grüße nach Berlin. Oh nein. Der kommt ja tatsächlich hierher. Ach, scheiße. Pass auf, hier laufen irgendwelche komischen Affen durch den Planeten. Ach, dann können wir wieder nach oben. Warte, ich gucke mal kurz in den Unterkund rein. Ja, der kommt her und guckt sich quasi live unser Studio an und wir machen nämlich auch Live-Führungen. Ja. Behind the Scenes. Let's build. Jetzt, äh, will ich mal gucken, ob wir jetzt nicht in Fury, nee, in, was habt ihr gesagt? Heiß, heißen Planeten. Stonewashed, äh, hotwashed. Wie heißt das denn Fury? Das ist Fury, gell? Nein, Fury ist Fury. Hot ist hot. Doch, Fury. Ähm, ja, ich buddel mich gerade nach unten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nur Schrott, deswegen gehe ich wieder nach oben. Ja, aber, ähm, wir können auch einfach sagen, wir gucken uns den heißen Planeten einfach beim nächsten Mal an. Was hältst du davon? Ich kann ja schon mal hinfliegen. Ja, ja, das schon, aber so angucken tun wir das nächste Mal dann. Du sagst ja so, tofe Sachen. Na gut, dann machen wir das mal. Ja. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.